Das Theater an der Rotte in Eckenfelden in Niederbayern. Mehrfach preisgekrönt für seine Inszenierungen. Schauspiel, Jugendtheater, Konzerte. Für jede Altersgruppe ist etwas geboten. 385 Zuschauer können im großen Saal Platz nehmen. Auf zwei Ebenen, damit alle gut das Geschehen auf der Bühne verfolgen können. Zwei Ebenen, das heißt aber auch Treppen. Als das Haus vor mehr als 50 Jahren seinen Betrieb aufnahm, war Barrierefreiheit noch ein Fremdwort. Doch jetzt steht hier ein Lift, damit auch gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer auf die oberen Ränge gelangen können. Die Theaterleitung hatte sich diese Erleichterung schon lange gewünscht. Doch erst als sich der Sozialverband VdK in Eckenfelden einschaltete, konnte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Fast vier Jahre ist es her, dass der Sozialverband VdK mit einer Kampagne den Barrieren im Alltag den Kampf ansagte. Mit Plakaten, Begehungen, Beratung vor Ort, mit politischem Druck und dem Engagement der Mitglieder ging es vor allem gegen die Barrieren in den Köpfen. Was das alles kostet? Dieser Aufschrei stieß schon damals bei betroffenen VdK-Mitgliedern auf Unverständnis. Schließlich waren sie es, die sich tagtäglich mit Barrieren verschiedenster Art herumschlagen mussten. Eine von ihnen fand schon 2016 darauf die richtige Antwort. Mit Sicherheit ist Barrierefreiheit nicht gratis zu haben. Das ist ein ganz klares Statement. Barrierefreiheit kostet, aber jede müde Mark, wie man früher gesagt hätte, jeder Euro, wie man heute sagt, ist es wert, in Barrierefreiheit investiert zu werden, weil es eben Menschen Beweglichkeit, Mobilität und Teilhabe ermöglicht. Und nun, drei Jahre später, die Bilanz kann sich sehen lassen. Vorhang auf für ein paar Beispiele. Barrieren, die durch das Engagement vieler VdK-Mitglieder aus dem Weg geräumt wurden. Fangen wir doch gleich mal in der Hauptstadt an. Der S-Bahnhof Berlin-Schöneweide wird modernisiert. Das sollte ausgerechnet mit einem Schritt in die Vergangenheit geschehen. Die Bahn wollte während der Arbeiten für drei Jahre die Aufzüge stilllegen und stattdessen Zubringerbusse zum nächsten S-Bahnhof fahren lassen. Mitarbeiter des VdK Treptow-Köpenick erfuhren davon und organisierten den Protest gegen das Vorhaben. Jetzt gibt es Ersatzaufzüge für die Dauer der Modernisierung. Neue Fahrstühle auch am Bahnhof Ergenzingen in Baden-Württemberg. Dort gab es lange Zeit nur eine Fußgängerbrücke als Verbindung zwischen den Bahnsteigen. Mit Treppe natürlich. Der VdK-Vorsitzende im Ort intervenierte gleich an mehreren Stellen und ernannte die Station zum behindertenfeindlichsten Bahnhof Deutschlands. Die Bahn reagierte. Die neuen Aufzüge sind fast fertig. Kommann bei Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Klar, dass vor 100 Jahren nicht an Barrierefreiheit gedacht wurde. Schon gar nicht auf dem Land. Außerdem gab es ja den Sozialverband VdK noch nicht. Jetzt gibt es ihn. Und allen ist klar, dass auch Menschen mit Behinderungen gerne ein Freilichtmuseum besuchen. Zwar gehört zu alten Fachwerkhäusern auch Kopfsteinpflaster. Doch das lässt sich so behandeln, dass auch ein Rollstuhlfahrer schmerzfrei darüber fahren kann. Außerdem gibt es hier inzwischen automatische Türen, Ruhebänke und barrierefreie Toiletten. Doch was ist besser, als Barrieren zu beseitigen, sie gar nicht erst entstehen zu lassen? Wie in der sächsischen Stadt Bautzen. Dort sitzt der VdK mit Vertretern des Blinden- und des Gehörlosenverbandes in einer Arbeitsgemeinschaft, die zu allen kommunalen Bauprojekten Stellung nimmt. Im direkten Kontakt mit Planern und ausführenden Firmen lässt sich so vieles im Vorfeld vermeiden, was ansonsten später kostspielig wieder beseitigt werden müsste. Beispiele für positive Veränderungen. Doch der Kampf gegen die Barrieren in Deutschland geht weiter.